geht schon los auf die sekunde man weg jetzt habe ich ja das falsche auto genommen oh gott was ist hier los so viele autos hier sind weißt du mal gar nicht erst mal wo es lang geht das denn hier warum steht er denn hier ein dort er nicht das kann nicht wahr sein ich bin über so einen kleinen ach du bist es lass mich doch mal engelswurst boah so sorry ich bin es nur ja ich weiß also ich habe es nicht gesehen vorher ich höre nur die motoren hier röscher rechts und fahr halt rechts über den dann nicht vorbeizulassen aber wenn ich so weitermache dürfte eigentlich jetzt nach der wunde fast die wege sein du hast wieder die kleine mühle genommen ja aber ich muss sagen ja da ist mir auf jeden fall zu mit zehn hier lang ich sehe dich genau hinter dir diese seitenlage in so einer kurve ist immer furchtbar er überschlägt sich erst mal im hülster der so eine kante dein auto bist du direkt hinter mir ja ja das bisschen vor uns die spielen aber hier auch schön scheibe da die wir entscheiden das ist eine art leiche gibt dann ja auch noch so schulbüsse den auffang oh gott büsse büsse ja die schulbüsse mann die schulbüsse geh doch mal ach er nervt aber auch hier hat man geh weg er nervt richtig hardcore was ist denn mit dir verbindet sich doch mal alter vielleicht reicht es für eine top ten platzierung robert eventuell mal gucken bin jetzt top ten hoch und sieben vorne werde ich mal nicht mehr bekommen auf der bad schon scheiße öfter na gut siebter ist sie geworden nicht schlecht nicht verkehrt b-wagen hast du ja mit dem boomer das ist ein b-wagen hattest du nicht ach so ja ist ja der stimmt ja gut was wir ganz vorne los die ganze vorne starte jetzt oh gott älter leute mich haben sie schon wieder auf die seite gelegt zwölf runden ja ich krieg er hat ein sägeblatt und im dach warum und jetzt vielleicht zwei aber langsam das sind doch nur so kurze runden wo ist eichelsschweiß weg hier ja da bleibt er hängen das kann doch nicht sein ernst sein das wäre nicht sein ernst das wäre nicht das ist das schlecht ja alles klar ich bin an einer stelle hängen geblieben 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 jetzt fahren sie alle perfekt oder was ich bin an einer stelle hängen geblieben auf jeden fall super ich bin an einer stelle hängen geblieben und Oh Gott, 13.3! Wo bist du gelandet? 12. Ach, rein vor mir, ok. Ich war auch fast zum Arsch, ich habe es gerade noch so ein Ziel geschafft. Ich auch. Das ist doch krass.